Der Zirkus Constanze Busch ist zu Gast in Frankenberg. Doch bevor die Show beginnen konnte, musste das Zelt noch aufgebaut werden. Das heißt, das Gerüst musste aufgestellt und die Plane nach oben gezogen werden. Die tierischen Artisten machten es sich derweil noch gemütlich. Sie lagen auf der Wiese, in der Sonne oder auch im eigens mitgebrachten Planschbecken. Derweil nahm das Zelt seine Form an. Mit Spanngurten und Eisenstangen wurde die Kuppel festgesteckt und stabilisiert. Etwa acht Stunden dauerte der Bau. Vor der ersten Vorstellung nimmt das Ordnungsamt das Zelt noch ab. An zwei Tagen zeigen dann Mensch und Tier ihre Show. Das ist ein Schritt für Sie mit dem mich. Untertitelung des ZDF, 2020